Hey Leute, was geht? Es hat sich begonnen zu einem neuen Video. Ich beende das Video, wenn ich sterbe. Dies ist nämlich ein Thronen-K.O.-Kampf. Und dann machen wir den... Na ja, der Kante ist jetzt nicht zu stark. Ja, er hat was zu tun. Jetzt hat der Kuppe hier was zu tun. Eine doppelte Pinzessen. Der ist kein bisschen gut anhanden. ... Leider wird mein Mieterritte klein gemacht. Nein, der wird doch nicht klein gemacht. Aber dass die noch so viel Ritter spielt, das hätte ich nicht erwartet von ihm. Ja, das kann man jetzt auch nicht mehr ganz machen. Jetzt habe ich eine Lexie über Lust. Ja, leider. Das war's mit dem Video. Ich bin gestorben. Und tschau.